Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Gegenstände. Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wieder mit mir. Ich habe mir ein paar Gegenstände ausgesucht. Und zwei davon haben wir sogar erst letzte Woche gekauft. Weil wir hatten nämlich letzte Woche zusammen Urlaub. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Deswegen würde ich gar nicht lange rumlabern, sondern direkt mal anfangen. So, hier habe ich auch schon die zwei Gegenstände. Und zwar sind es zwei Pokémon-Pop-Up-Figuren, heißen die, glaube ich. Die haben wir letzte Woche eben beim Shopping gefunden und mussten sie einfach direkt mitnehmen. Wir hatten sogar noch überlegt, eine dritte mitzunehmen. Aber wir haben uns dann doch darauf geeinigt. Sozusagen jede durfte sich eine aussuchen. Und die hat sich Kenny ausgesucht und ich mit diese. Und genau, ich muss euch diesen Karton zeigen. Die sind einfach riesig. I mean like, was sind das für Kartons? Und Kenny meinte noch so, dass man die eigentlich nicht auspackt. Aber ich finde es schöner, wenn es ausgepackt ist. Deswegen, ja, nur mal so als Vorstellung, wie groß die verpackt waren. Aber natürlich erst mal das Wichtigste. Ein bisschen Tapping. Also wenn ich mich nicht täusche, ist das Mewtwo. Das hat sich ja Kenny ausgebucht. Und jetzt schauen wir mal, wie gut das Tapping ich da drauf hinbekomme. Und jetzt schauen wir mal, wie gut das Tapping ich da drauf hinbekomme. Und jetzt schauen wir mal, wie gut das Tapping ich da drauf hinbekomme. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch solche Pop-Up-Figuren besitzt. Vielleicht auch sogar welche in, ich weiß gar nicht, ob das XXL ist. Aber ob ihr auch so große habt. Wir haben sehr viele kleine Pop-Up-Figuren. Und ich glaube, das sind jetzt die besten zwei in XXL. Und ich glaube, das ist jetzt die besten. Okay. Okay. Ihr werdet mir nicht glauben, in was einer großen Verpackung die waren. Und Kenny sagt nur so, dass man die eigentlich nicht auspackt. Dass die sozusagen in dieser Verpackung bleiben müssen. Aber ich fand die Verpackung nicht so schön. Und die war auch einfach zu groß. Deswegen, ich zeig's euch gleich mal. Schaut euch diesen großen Karton an. Und wir haben diese Figuren bei uns im Flur stehen. Also wir nennen das immer Eingangshalle. Weil da sehr viel Platz ist bei uns im Flur. Und da haben wir die auf einem Regal stehen. Aber das hätte nicht so schön ausgesehen in dem Karton. Deswegen haben wir sie ausgepackt. Und das ist so schön. Aber das ist so schön. Und das ist so schön. Das war's für heute. Das war's für heute. Dann haben wir hier noch die zweite Figur. Und zwar ist das Wolpix. Die hab ich mir ausgesucht, weil ich es einfach super süß finde. Zur Auswahl waren, glaube ich, noch Evoli, Shiggy und Pisa-San, glaube ich. Genau, und wir hatten eben noch überlegt, ob wir Shiggy mitnehmen. Aber wir haben uns dann doch nur für die zweiten entschieden. Weil wir haben uns jetzt dazu entschieden, unsere Eingangshalle, unseren Flur, wie ein Spielecenter zu gestalten, so ein Arcade-Room. Da steht nämlich jetzt gerade der Pac-Man-Automat, wo ich schon mal erzählt hatte. Und eben jetzt ein Regal mit ganz vielen Pokémon-Figuren. Und jetzt machen wir noch so eine Wolken-LED-Decke hin. Also, ich bin gespannt, wie es am Schluss aussehen wird. Aber ich denke, wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ist das nicht süß mit diesen Ohren? Also, ich bin gespannt, wie es am Schluss aussehen wird. Also, ich bin gespannt, wie es am Schluss aussehen wird. Also, ich bin gespannt, wie es am Schluss aussehen wird. Auf jeden Fall kann ich auch mal über den Schwanz entstreichen. Schweif-Schwanz. Upsi. Hum. Upsi. Was ist das? so Ich halte es mal so, es sieht schön aus. Ich halte es mal so, es sieht schön aus. Schaut euch mal bitte diesen Karton an. Der ist riesig. Deswegen fand ich es einfach schöner, die dann doch auszupacken, weil... Ja, kommt schon. Ich halte es mal so, es sieht schön aus. Ich halte es mal so, es sieht schön aus. Ich habe euch hier mal eine kleine Pop-Up-Figur rausgesucht, damit ihr einfach diesen Unterschied seht zu dieser Verpackung oder dieser Größe und dann zu dieser Größe. Oder auch zu diesem Karton. Das ist so krass. Soweit ich weiß, es schickt ihr ja auch das Lieblings-Pokémon von Kenny. Mein Lieblings-Pokémon ist blind, weil das die erste Edition war, die ich gespielt habe. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das hieß Pokémon-Diamant. Und da war das Starter-Pokémon sozusagen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblings-Pokémon ist. Ich habe mich auf die Fasie an, das hier. Ich habe mich auf die Fasie an, das hier. Mein Lieblings-Pokémon ... Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab vorhin einfach noch bei Kennys Sachen einen 3DS XL gefunden. Ich weiß, dass ich auch so einen hatte. Aber ich glaub, ich hab den wieder verkauft. Weil ich dann doch nicht so viel gespielt hab. Und ich hab auch schon gesehen, er hat ein Pokémon-Spiel noch drin. Pokémon X. Ich glaub, das hab ich auch gespielt. Oder hab ich Pokémon Y gespielt. Aber ich fand's nicht so gut. Deswegen schnell wieder rein. Könnte auch ein cooler Sound sein. Ja, wir machen ihn jetzt nicht kaputt. Also ich hatte ja als Kind auch ne Nintendo DS. Ich glaub, das war so dieser Light. Aber ich kann mich auch gar nicht so genau dran erinnern. Und da hab ich auch immer ganz viel Pokémon drauf gespielt. Ich glaub, ich hab auch Pokémon Diamant dreimal durchgespielt. Mit jedem Starter einmal. Und auf der Switch hab ich auch Pokémon gespielt. Ja. Ich hatte ja als Kind auf jeden Fall auch einen Nintendo DS Light. Ne, ich weiß gar nicht, ob der schon irgendwas oder irgendwie einen längeren Namen hatte. Ich kann mich noch dran erinnern, er war weiß. Und dieser Display war schon immer so halb kaputt. Also der stand nicht mehr, der hing immer so halb runter. Aber da hab ich dann mein Pokémon Diamant, glaub ich, dreimal durchgespielt. Mit jedem Starter einmal. Ich hab's geliebt. Ich merke auch gerade, irgendwie hatte ich nur Gegenstände, die so ein bisschen mit Pokémon zu tun haben. Ich hab auch gleich noch einen richtig schönen Gegenstand. Da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Hört man die Knöpfe? Oh. Oh. Hört man die Knöpfe? 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 Hier ist man gar nicht. Hier ist man gar nicht. So, dann kommen wir auch schon zum letzten Gegenstand, meiner Meinung nach der schönste Gegenstand von allen. Und zwar ist es eine Schallplatte, auf die gemalt wurde oder gesprayt wurde. Und ich finde es einfach so schön, weil es ist halt einfach lila und pink und meine Lieblingsfarben. Oder lila ist meine Lieblingsfarbe. Deswegen finde ich das insane schön. Und das wollen wir auch in unserer Eingangshalle hängen, weil es einfach sehr gut dazu passt. Und Kenny meinte, er hat es von Tim, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen ganz liebe Grüße gehen raus an Tim und dann ganz dickes Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Ich hoffe, ich kratze hier nichts ab mit meinen Nägeln. Ich spüre, das Tapping da drauf ist insane. Also ich mag's sehr. Ja. Okay. 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 Ich freue mich über euer Feedback und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!